Die großen Erdhügel am künftigen Wehr nahe der Gorlitzer Brücke sind schon deutlich kleiner geworden. Auch ein Zeichen dafür, dass die Arbeiten gut vorangehen. Immerhin 1500 Kubikmeter Boden mussten für das neue Wehr herausgehoben werden. Das ist nun so weit fertig, dass nur noch die Außenbereiche verfüllt und die Fischquerung mit den entsprechenden Bohlen versehen werden. Das neue Wehr an der B96-97 ist dazu gemacht, um den Hochwasserschutz für die Stadt Heuerswerda abzusichern. Es hat eine maximale Durchgängigkeit von 1,5 Kubikmeter pro Sekunde, bietet einen Fischpass, sodass wir die ökologische Durchgängigkeit nach europäischer Wasserrahmenrichtlinie garantieren können. Das bedeutet, sowohl Fische als auch Kleinstlebewesen können bei Niedrigwasserzeiten neben dem großen Wehr vorbei wandern und damit für eine Verbesserung der Gewässerstrukturen und Habitatsstrukturen, Naturstrukturen hier im Bereich der alten Elster sorgt. Um den Hochwasserschutz zu optimieren, ist natürlich nicht nur der Neubau des Wehrs nötig. Auch der alte Elsterarm muss neu gestaltet werden. Denn aus einem fast Standgewässer wird nun wieder ein wirklich bewegtes Flüsschen. Wir haben erstmal die ganzen Altsedimente entfernt, die sich durch dieses System, dieses Standgewässers, angesammelt hatten. Dadurch, dass das Gewässer Fließgeschwindigkeit verloren hatte, sind die Sedimente langsamer geworden, haben sich angelagert. Wir hatten also eine massive Verschlammung des Gewässers. Diese ganzen Bestandteile sind entfernt worden. Das Gewässer ist dann komplett geräumt nach den ganzen Jahrzehnten, wie es dargestanden hat. Und als wir dann den Sand hatten als natürlichen Baustoff, ist der dann teilweise mit dem Sand, den wir aus der Baugrube des neuen Stadtmühlwehres entfernt hatten, wieder aufgebaut worden, beziehungsweise kommen Liefermassen aus den lokalen Kiesgruben. Danach wird diese Sandzone abgedichtet mit einer sogenannten Bentonitmatte. Das sind Matten, die in Beton enthalten, Bentonit enthalten, der im Kontakt mit Wasser dann aufquillt, sodass kein Wasser mehr, was oben läuft, in das Grundwasser hier in Heuerswerda absickern kann, beziehungsweise auch das Heuerswerda-Grundwasser nicht ins Gewässer kommen kann und damit wieder ein System gestört wird hier. Nachdem die Matte dann verlegt worden ist, werden Wasserbausteine eingebaut, die dann zu einem mehantrierenden Fließgerinne profiliert werden. Zwei Abschnitte des alten Elsterarmes sind soweit fertiggestellt. Nur im Bereich des Joanneums muss noch gebaut werden. Eine Überraschung gab es, keine negativen, keine positiven. Es ist eigentlich eine normale Baustelle, bis darauf, dass wir gewisse Massenverschiebungen hatten. Die angelagerten Sedimente waren doch umfangreicher, als wie wir uns dachten. Wir hatten angenommen, wir entfernen ca. 4.000 Tonnen, wir sind jetzt bei 6.000 Tonnen, das ist schon eine ganz schöne Menge. Und fahren von den 6.000 Tonnen, die wir entfernen, ca. wieder 4.000 Tonnen neu ein. Das Mühlenwehr und die alte Brücke am Kino sind abgerissen. Allerdings gibt es hier kleinere Probleme, die von Stadtseite aus gelöst werden müssen. Nicht geplante, aber vorhandene alte Fundamente behinderten den Aufbau des neuen Elsterüberweges. Das Mühlenwehr und die alte Brücke am Kino sind abgerissen.